Ja, ich bin auch Mama einer dreijährigen Tochter und seit 2016 Dozenten für das Schöpferwissen nach der Lehre Grigori Grabovois und gebe diesbezüglich auch Seminare, im Moment hauptsächlich online. Also es geht eben auch über Zoom oder Skype, genauso wie wir das jetzt machen. Und dabei unterrichte ich die Menschen in ihrer Bewusstseinsentwicklung und zeige konkret, wie sie mithilfe geistiger Techniken und Werkzeuge gezielt Schöpfer ihrer eigenen Realität sein können.